So ihr Lieben, es geht weiter. Ich habe erstmal eine kurze Pause gemacht. So, jetzt muss ich erstmal auf weiter drücken hier. Ich habe immer noch diesen passenden Raum nicht gefunden. Und ich merke, dass meine Lebensenergie hier zu Neige geht. Und ich weiß nicht warum. Okay. Hier ist ein Arbeitszimmer, aber das ist im unteren Bereich. Also kann es das ja nicht sein. Na, ist das richtig? Was ist das hier für ein Raum? Das wird ja kein Arbeitszimmer sein. Hier, das ist schon ein Musikzimmer. Okay. Ah, ja. Da fehlt mir noch eine Schlüssel für. Und das ist auch kein Arbeitszimmer, aber wir sind auch in den untersten Räumlichkeiten. Er meinte, oben geht das. Oben, oben, oben. Da müssen wir auch nach oben gehen. Das ist ja kein... Das ist das Musikzimmer. Im Haupttrakt. Hier ist ein Arbeitszimmer noch. Ich hab's. Ich wusste es. Irgendwo war's. Ja, ja, du Clown. Du elendiger. Der zweite Teil des Fotos. Das muss es sein. Ich brauche die anderen Teile. Ich brauche insbesondere mal wieder ein bisschen Lebensenergie. Tag 27. Yeah. Ich könnte jetzt bald mal wieder ein bisschen Energie gebrauchen, oder? Das Bild ist jetzt nicht schwarz. Das heißt, wir müssen jetzt in jedem Zimmer wieder nach dem Zettel suchen. Ja, ja, ja. Hier stehen noch ein paar Pflanzen rum. Okay. Aber hier ist auch nichts, ne? Seht ihr irgendwas? Nö, ne? Nein, ich sehe nichts. Ich hab das letzte Spiel über 20 Minuten gemacht, weil ich gar nicht auf die Uhr geguckt hab. Oh, macht nix. Das heißt, wir müssen in alle Räumlichkeiten nochmal rein. Um nach einem Zettel zu suchen. Das nützt ja alles nichts. Hier ist nichts. Hier ist nur noch ein Etagenbett. Wenn dann überhaupt, muss das ja irgendwo auf dem Stuhl, auf dem Regal oder so sein. Und das ist es hier nicht. Wir konzentrieren uns jetzt auf Zettel und Schlüssel. Ne, nicht Zettel. Ihr wisst schon. Ja. Ich habe auch noch keinen Hinweis bekommen, weiterhin. Sie fragt, ob die sich... Die haben auch unterschiedliche Niveau gefüllt. Hier sind Verlangt gekommen. Da waren wir schon. Hier sind viele. Jetzt gehen wir hier nach einem anderen Traum. Wir machen Licht. Jetzt können wir gerade durchkommen. Können wir uns hier mal um etwas finden? Ihhh. Das ist alles verdorben. Alles verdorben. Seht ihr irgendwas? Nein, ne? Warten, bis ich wieder Strom kriege. Nein. Hier ist nichts. Okay. Dann gucken wir uns hier oben um. Zellewirtschaft. Nein. Kinderzimmer. Ein Hase. Das sage ich jetzt nicht, was Peter gesagt hat. So. Hier haben wir da. Arbeitszimmer. Das glaube ich, da waren wir auch schon mal drin. Ganz viele Bücher gestapelt sind. Aber hier tut sich nichts. Ich habe bis jetzt auch keinen Hinweis. Das heißt, diese Räume, die auf sind, muss ich jetzt alle nochmal durchgehen, um zu gucken, ob hier irgendein Teil von Fotos ist. Wenn man muss das ja erstmal hinbekommen. Ja, da schauen wir doch mal. Ich sehe hier nichts. Hier? Nö. Gut. Da waren wir schon drin. Ich glaube, hier war ich auch schon. Aber ich glaube, es ist ein Schaltzweiber nochmal. Nö. Pst. Pst. Ja. Ich bin ja da. Ich bin nicht weg. Ich habe einen Spiegel. Hör mal hier. Ich mache mal ein paar Spiegel. Jees, nix. Hier sind wir durchgekommen. Hier waren wir auch schon drin. F. Na? Auch nicht? Naja, ob ich auf dem Klu hier etwas ist, kann ich mir zwar nicht vorgehen. Oh, meine Streichhüter geht es, ey. Ich sollte ein bisschen vorsichtig sein. Vielleicht brauche ich es hier noch. Da waren wir schon. Das war das Spielzimmer. Hm. Ich suche mir jetzt gerade einen Wolf. Also wenn es ist, ist es nicht in der Speisekommandale. Gute Frage. Ich habe was. Ich habe wieder was entdeckt. Ich erinnere mich an die Aufnahme, aber irgendwas fehlt in meiner Erinnerung noch. Tag 28. So, ihr Lieben, wir sehen uns beim nächsten Spiel.